Herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich heiße Felix und heute wird es ein vollumfängliches, kurzes Update-Video geben. Wir wollen über diverse Projekte sprechen. Wir werden anfangen mit Wolf Capital, da das natürlich das Relevanteste aktuell ist. Das wird heute Abend um 18 Uhr launchen, das Video wird um 17 Uhr rauskommen und ich möchte noch mal kurz ein paar Worte dazu verlieren. Deswegen das hier als erstes Thema. Dann kommen wir zu AI Trading Collective, Baked Beans, Project Rewive und zum Ende wird es noch mal ein neues Projekt geben, das ich anteasern möchte, aber zu dem ich noch kein eigenes Video geschafft habe. Deswegen jetzt erstmal hier zu Wolf Capital. An der Stelle gleich erwähnt, wenn ihr euch für einzelne Projekte nicht interessiert, einfach in der Zeitleiste unten weiterspringen. Ich werde die einzelnen Kapitel für das jeweilige Projekt erstellen, damit ihr dann hin und her navigieren könnt. Wolf Capital, wie gesagt, heute Abend 18 Uhr der Launch. Wir haben, beziehungsweise ich habe in Allianz mit anderen YouTubern ein Team aufgesetzt, da es hier essentiell ist, einem größeren Team zu joinen, um dann letztendlich bis zu 2% Rendite pro Tag zu bekommen. Diese erreicht man, wenn man ein Team Collateral hat von 50.000 US-Dollar und mindestens 100 Mitgliedern. Also das sind die Mindestansprüche hier und ich denke, dass wir das heute im Laufe des Abends auch schon erreichen können. Ihr findet alle Infos dazu bei uns auf dem Community Discord, wenn ihr hier in einem Einstieg interessiert seid. Einfach in den entsprechenden Wolf Capital Channel joinen und ihr werdet alle Infos dann pünktlich von mir bekommen. Vermutlich kurz nachdem dieses Video rausgekommen ist. Eine Sache, die ich hier noch ergänzen kann, da ich ja gestern gesagt habe, man sollte nicht investieren, solange das Audit nicht draußen ist. Das ist jetzt released worden. Und hier an der Stelle nochmal ganz wichtig der Risikodisclaimer. Der Owner hat vollen Zugriff auf alle Gelder, die hier eingezahlt werden. Den musste er auch haben, um dann letztendlich die Trades durchzuführen. Ich habe es euch im gestrigen Video gezeigt. Die beiden Owners sind KYC und auch Pirate gedoxed. Und dahingehend, sie haben schon mehrere Projekte geleitet bzw. sind bekannt im Space. Aus meiner Sicht ist hier kein allzu hohes Risiko, aber nur dennoch, dass ihr wisst, dass das Geld potenziell weg sein könnte. Ein KYC ist keine Garantie, dass hier kein Rugpol passiert. Einfach nur, dass ich es an dieser Stelle nochmal gesagt habe und jeder weiß, auf welches Risiko er sich einlässt. Ihr könnt euch das dementsprechend nochmal anschauen. Es gibt diverse Owner Privileges und Backdoors, aber das einfach im Detail nochmal selber durchlesen. Ich werde euch das bzw. ihr findet das Ganze, wenn ihr bei denen in den Telegram-Channel geht. Dort ist das Audit dann gepostet oder ihr gebt einfach ein de-stamp.com. Dann findet ihr die Audit-Seite und könnt euch das im Speziellen nochmal durchlesen, falls ihr euch dafür interessiert. Um das an der Stelle hier nochmal zu erwähnen, versucht nicht auf eigene Fausten des Projekts reinzugehen, sondern wartet, bis der offizielle Team-Link draußen ist, den ich im Discord posten werde, weil ihr ansonsten vermutlich Geld verlieren werdet. Da Teams hier natürlich den Vorteil haben, von dem Rendite-Boost zu profitieren, der nochmal bis zu 1% oben drauf bringt und das dann letztendlich natürlich auch ein sehr, sehr großer Vorteil für alle Team-Mitglieder ist. Nächstes Projekt, über das wir sprechen wollen, ist AI Trading Collective. Hier bin ich nicht eingestiegen. Das hat aber nicht den Grund, dass das Projekt irgendwie schlecht ist oder ich irgendwelche Bedenken hatte, sondern ich bin mit dem Owner in Kontakt und kriege eventuell Zugriff auf den Bot direkt. Muss ich mal noch schauen. Dementsprechend bin ich nicht in das Projekt selber reingegangen. Sie haben jetzt rund 40.000 US-Dollar eingesammelt und wenn wir uns das ganz kurz in deren Telegram-Gruppe anschauen, im Bot sind jetzt rund 29.000 US-Dollar. Sie haben gerade offene Trades aufgrund der großen Marktbewegung. Ich weiß nicht, ob sie geshortet oder gelongt haben. Das wird sich dann heute bzw. die nächsten Tage zeigen, sobald die Position geclosed wird. Das zu AI Trading Collective, also alles in allem doch ein erfolgreicher Launch für die Marktkonditionen und die erstmal sehr, sehr abschreckende Fee von 25%. Hier steht jetzt zwar 0%, aber man zahlt im Grunde 25% beim Einstieg, da das natürlich genutzt wird, um den Trading Bot zu füttern und mit diesem dann zusätzliches Einkommen für das Projekt zu erwirtschaften. Dann springen wir weiter zu Baked Beans. Hier sind wir jetzt aktuell auf einem massiven Downtrend. Wir sehen, die Contract Balance ist mittlerweile nur noch bei 730 BNB, sinkt kontinuierlich. Ich denke, dass wir hier noch maximal zwei bis vier Tage haben, je nachdem, wie viele Panikauszahlungen jetzt stattfinden. Denn wenn wir hier ganz kurz einen Blick auf das DUNE-Dashboard werfen, dann sehen wir, dass nur noch rund 21% der gesamten Contract Balance hier zur Auszahlung verfügbar ist. Wir sind beispielsweise auch kurz vor Tag 50, also alle, die wirklich jeden zehnten Tag konstant auszahlen, werden jetzt ihren großen Auszahlungstag vermutlich heute oder morgen haben. Heißt, hier werden nochmal größere Beträge rausfließen, abseits von denen, die jetzt hier über die letzten Tage schon rausgeflossen sind. Deswegen ungefähr zwei bis vier Tage. Es kann natürlich auch kaskadenartig in den nächsten ein bis zwei Tagen down gehen, das müssen wir beobachten. Jedenfalls schaut, dass ihr vorher nochmal eure Auszahlung vornehmt, egal wie hoch eure Taxes hier sind, die angezeigt werden. Ich werde ungefähr noch die 50%, vielleicht sogar noch die 40% Tags schaffen und dann einmal auszahlen. Aber wie gesagt, einfach den Contract im Auge haben, noch rausziehen, was geht. Und jeder, der zu meinem ersten Video zum Projekt eingestiegen ist, beziehungsweise bei uns auf dem Community Discord war und nicht zu viel reinvestiert hat, der sollte hier auf jeden Fall ein bis zwei Wochen in Profite mitnehmen können. Dann zu einem weiteren Projekt, das ich vor kurzem vorgestellt habe, und zwar Project Revive. Dabei geht es darum, dass ihr einen Token kauft, der euch passives Einkommen generiert. Hier sind wir immer noch ganz in der Rohfassung. Aber ich möchte euch die aktuelle Entwicklung anhand des Charts zeigen. Und zwar schauen wir uns dazu einmal den Rev-Token hier an, der sich in der Zwischenzeit sehr, sehr gut entwickelt hat. Und wir ungefähr einen runden 10x gemacht haben seit dem Launch. Das war ungefähr bei 0,026 Cent. Das war auch wieder ein Stealth-Launch, in den ich reingegangen bin. Und wir sehen diese dicken roten Candles. Das sind tatsächlich keine Halter, die Token verkaufen, sondern das sind die Tax-Auszahlungen, um natürlich die Liquidität als auch das Investmentkapital zu erhöhen. Und wenn wir uns das aktuelle Discord-Announcement anschauen, dann sehen wir auch, dass sie in Kürze ein KYC mit Anonydox machen werden, genauso wie Wolf Capital. Das tatsächlich auf meinen Vorschlag hin. Und da das eben niedrigpreisiger KYC ist, er hat sich dann tatsächlich direkt mit der Firma in Verbindung gesetzt. Und dieser KYC sollte dann bis Freitag ungefähr abgeschlossen sein. Die erste Dividende, die auch am Freitag gezahlt wird, also am 17. wird sich im Bereich von 1 bis 2 Cent pro Token bewegen, was schon mal eine sehr, sehr schöne Rendite hier ist zum Auftakt. Und das Ganze natürlich von Woche zu Woche, davon gehe ich zumindest aus, steigen wird. Und wenn man sich jetzt nochmal den Chart anschaut, beispielsweise wenn man jetzt hier 2000 Token hält, was ungefähr ca. einem Gegenwert von 300 bis 400 US-Dollar entspricht, dann bekommt man hier schon mal 30 beziehungsweise 60 US-Dollar in dieser Woche ausgeschüttet. Egal, ob man jetzt erst einsteigt, morgen oder dann zum Anfang der Woche. Hierfür wird dann einfach ein Snapshot gemacht. Das Ganze findet immer Freitag statt, also er wird das Ganze hier im Channel announcen. Und dann werden alle Halter, das sind aktuell wirklich nicht viele, wir sind unter 50 Haltern. Also sehr, sehr großes Tokensteigerungspotenzial, sollte die Rendite nach und nach reinkommen. Und diese Halter bekommen dann alle ihren Anteil, gemäß der Anzahl ihrer Token, die sie halten, ausgeschüttet. Das Projekt hier gefällt mir von der Struktur so gut, weil es eben ein richtiges passives Einkommen ist. Ich kaufe einmal den Token, lasse ihn auf meiner Wallet liegen. Ich brauche hier nicht staken, ich brauche keine manuellen Transaktionen vornehmen, sondern ich kriege jeden Freitag hier automatisch die Token direkt auf meine Wallet geschickt. Und genauso stelle ich mir das vor, vor allem wenn die Rendite dann letztendlich auch stimmt. Wenn sie nicht mehr stimmt, dann könnte ich jederzeit den Token, vor allem jetzt, da ich ja weit früher eingekauft habe, für einen Profit abstoßen und wäre dementsprechend safe. Das letzte Projekt, das ich jetzt noch nicht auf meinem Kanal vorstellen wollte, aber für alle, die das Video jetzt bis zum Ende geguckt haben, mal erwähnen wollte, und zwar ist es Eternal Finance, das ist ein Projekt vom Stamp Order Team. Es ist heute in dem Pre-Sale gestartet. Ihr seht es hier, Februar der 16. um 15 Uhr deutsche Zeit. Ich nehme das jetzt gerade rund um 16 Uhr auf. Das heißt, man hat hier die Chance, Token zu kaufen. Das Ganze ist eine Mischung aus Drip, Furio, Arc, also Team-Projekten, auch in der Teamstruktur aufgebaut, mit ganz vielen Anti-Whale- und Anti-Dump-Mechanismen. Definitiven Blick wert, erkundigt euch. Vielleicht werde ich in Zukunft noch ein einzelnes Video dazu machen, je nachdem, wie sich das alles entwickelt. Jedenfalls sehe ich eine rosige Zukunft für das Ganze. Und da wir in der ersten Pre-Sale-Phase sind, natürlich auch massives Upside-Potenzial, was den Tokenpreis in Zukunft betrifft. Das soll es hier heute als zusammenfassendes Video mit einzelnen Updates zu den Projekten gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, natürlich jederzeit einfach auf unseren Community-Discord kommen. Auch natürlich, was Wolf Capital betrifft. Hier werden alle Infos in Kürze geteilt werden, wie das Ganze abläuft. Wenn ihr kein zukünftiges Video auf meinem Kanal verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da, macht die Glocke an. Ich bringe diese Videos jeden Tag. Das war es für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.